Modul 3, Lektion 3, Aufgabe 4a Wer sagt das? Was denkst du? Schreib die Sprechblasen ab. Hört zur Kontrolle. Szene 1 Sag mal Petra, gehen wir morgen zusammen zu Martins Party? Oh mein Gott, was soll ich denn anziehen? Ich habe doch nichts Schönes. Vielleicht kannst du das lila Top anziehen. Nein, es gefällt mir gar nicht. Ich muss ein neues, schickes Topf kaufen. Hm, Petra, wir müssen auch ein Geschenk für Martin kaufen. Gehen wir später shoppen? Tolle Idee. Und wann treffen wir uns? So um fünf? Passt, verabredet. Und wo? In der Fußgängerzone. Super, bis später. Bis später. Szene 2 Hi Petra, entschuldige die Verspätung. Kein Problem, ich warte nicht lange. Gehen wir zuerst ein Geschenk für Martin oder ein Topf für dich kaufen? Das Topf natürlich. Und wo möchtest du das Topf kaufen? Ich denke, in der Mall da drüben. Szene 3 Guten Tag. Kann ich euch helfen? Danke. Wir schauen uns nur herum. Wie findest du das Topf da? Na ja, es geht. Es ist wirklich süß, aber... Oh, guck dir den Preis an. 15 Euro. Das ist zu teuer. Da hast du recht. Und wie findest du das Topf da? Gefällt es dir? Nicht schlecht. Äh, Entschuldigung, was kostet das Topf hier? 9,99 Euro. Ich nehme das Topf hier in grün. Es ist definitiv am schönsten. Szene 4 Das macht 9,99 Euro. Hier, bitte. Du hast mir 20 Euro gegeben. Du bekommst also 10 Euro und 1 Cent zurück. Danke. Schönes Wochenende. Ihnen auch. Auf Wiedersehen. 12 hoch 9 10 8 11 11 12 15 18